Ja, verehrte Damen und Herren, lieber Benni, mir ist ja gerade die Genialität einer Programmzusammenstellung bewusst geworden. Die theoretischen Ausführungen, die wir gerade von Markus Greil gehört haben, werde ich jetzt belegen mit einer empirischen Fallstudie. Und zwar mit einer sehr, sehr spannenden und dramatischen Fallstudie, so die Zeit von 1918 bis 1948. Eine Zeit mit gewissen Ähnlichkeiten zu heute. Europa ist bankrott, die Wirtschaft liegt am Boden und die Papiergeldpresse läuft wieder mal auf Hochtouren. Das ist die Parallele zu 1918. Und wenn wir da uns mal die Historie anschauen, und wir wissen natürlich, Historie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich am Ende des Tages, kann man da gewisse Lektionen rausziehen. Und ich habe überlegt, wie man da eigentlich heranziehen kann als Zeitzeugen. Und das Ergebnis war relativ schnell klar. Es konnte nun ja immer Schacht sein, der Reichsbankpräsident und auch Reichswirtschaftsminister, weil der eigentlich in der gesamten Zeit von 1918 bis 1948 immer mit am Tisch saß. Wenn entschieden wurde, sei es im Wirtschaftsministerium, sei es in der Reichsbank. Und hier habe ich zwei Biografien herausgesucht, wo ich in der Bibliothek ganz, ganz tief die Treppe heruntersteigen musste. Also es war wirklich so eine Staubschicht, insbesondere auf dem Buch von 1948 im Rowold Verlag erschienen, noch für eine Mark. Abrechnung mit Hitler. So dick Staubschicht. Die Seiten waren so schwach, ich musste mit dem Messer so zwischenrein gehen, dass du die gegilbten Seiten, dass ich sie noch umschlagen konnte. Und dann noch das Buch, seine Biografie, die er 1953 geschrieben hat, 76 Jahre meines Lebens, wo wir ja einen Primärzeugen erleben, der in seinem Leben selber auch persönlich eine Dramatik erlebt hat, die kaum zu überbieten ist. Und das werde ich in den nächsten 40 Minuten mal mit Primärquellen aus diesen beiden Büchern darstellen. Also sie erhalten ein Konzentrat von 600 Seiten. Das ist eine Dienstleistung der Atlas-Initiative sozusagen. In meinem Namen. Und ja, schneien sich an. Eine extrem spannende Geschichte. Für mich natürlich auch ein Bezug zu Jaimals Schacht. Er ist in Hamburg groß geworden. An dem angesehensten Gymnasium, das Johann Neum. Da hat die Kaufmannschaft ihre Söhne hingeschickt. Und das war mit sehr, sehr schweren Aufnahmeprüfungen versehen. Also er war ein sehr intelligenter Junge. Allerdings kam er so ein bisschen aus einer prekären Familie, zumindest was das Finanzielle angeht. Sein Vater war ein preußischer Bildungsbürger des 19. Jahrhunderts. Auch ein Liberaler, der kurzzeitig in die USA ausgewandert war. Aber finanzielle Mittel waren schwach. Er schreibt hier in seinem Buch, Zitat, ich war 1883 sechs Jahre alt. Wir kamen nach Hamburg ohne einen Pfennig Geld. Eine verkrachte Seifensiederei in Husum zurücklassen. Das waren keine ermutigenden Aussichten für meinen Vater. Hamburg ist zu allen Zeiten ein hartes Pflaster gewesen. Seine Einwohner wissen das Geld zu schätzen. Es gibt Millionäre und Hungerleiter in Salmauern. Das soziale Gefälle in Hamburg war größer als in anderen deutschen Städten. Und ja, mit zehn Jahren kam dann die Aufnahmeprüfung vor das Joanneum, die er bestanden hat. Und er war allerdings dort immer ein Außenseiter. Mit wenig finanziellen Mitteln ausgestellt, was man auch gesehen hat in seinem Äußeren. Und was im Nachhinein seinen extremen Ehrgeiz erklärt, auch seine Karriere, die er wirklich hingelegt hat, wie kaum wer anders. Er beschreibt seine Schulzeit folgendermaßen. Die Söhne der besseren Kreise waren Mitglieder der vornehmen Ruder- und Segelclubs auf der Außenalster, jenseits der Lombardbrücke. Sie besaßen eigene Boote, nahmen Tanzunterricht, trugen frühzeitig einen Frack und reisten im Sommer mit ihren Eltern in die Schweiz, nach Italien und nach Norwegen. Die anderen Schüler, damit war er selber gemeint, hatten an dieser wunderbaren Welt keinen Anteil. Wenn es im Sommer zu heiß wurde, fuhren wir mit dem Dampfer für fünf Pfennige nach Steinwerde und nahmen uns für weitere zehn Pfennige eine Kabine im Freibad. Das war sicher sehr gesund und lustig, aber ein Unterschied war es doch. Resümierend schreibt er über seine Hamburger Jugend, wo er eigentlich zum Hanseaten geprägt wurde. Und er ist auch zeitlebens ein hanseatischer Kaufmann geblieben, was wir auch gleich sehen werden. Schreibt er zum Abschluss, ich mag gar nicht genug betonen, wie viel ich der humanistischen Ausbildung durch das Juaneum verdanke. Sie gab meinem Leben harmonischen Klang, objektive Toleranz und Aufgeschlossenheit für die Entwicklung meiner eigene Zeit. Erfolg und Leid gegenüber erhielt sie mir menschliches Verständnis, stoischen Mut und unveränderliche Zuversicht. Ja, nach der Schulzeit ging es dann relativ schnell nach Berlin und da schlichen sich die Unsitten ein. Auch die theoretischen, mentalen, geistigen Unsitten. Er beendete zuerst seine Promotion an der Universität Kiel im Fachbereich Philosophie damals noch, aber zu einem ökonomischen Thema, der theoretische Gehalt des englischen Merkantilismus und zog dann nach dem Studium zu seinen Eltern nach Berlin, die sich da rund um den Schlachtensee niedergelassen haben und arbeitete da auch am Seminar von, muss es leider sagen, Gustav von Schmoller. Ja, wir sind natürlich die Österreicher, bei uns ist der Name Gustav von Schmoller, über den Methodenstreit bekannt mit Karl Menger. Eigentlich jemand, mit dem man nichts zu tun haben möchte, aber der junge Schacht war damals von ihm sehr angetan. Er schreibt, Zitat, einer der Männer, die mich damals maßgeblich beeinflussten, war Professor Schmoller, in dessen volkswirtschaftlichen Seminar ich arbeitete. Schmoller war einer der sogenannten Katheter-Sozialisten, die an dem bismarckischen Sozialwerk von 1881 bis 1889 maßgeblich beteiligt waren. Die Arbeiter, die sich damals in der Sozialdemokratischen Partei organisierten, sahen es lieber, wenn ihre Funktionäre aus den eigenen Reihen aufstiegen. Sie lehnten den bürgerlichen Sozialismus ab. Also er hat sich als einer der bürgerlichen Sozialisten gesehen in der Tradition Bismarcks. Was wir aber später sehen werden, er war im Kern eigentlich schon der Marktwirtschaft und dem guten Geld sehr, sehr zugetan. Das Schacht, zwar ein Liberaler, war aber kein Vertreter der österreichischen Schule, der Nationalökonomie spiegelt sich auch in seinen geldpolitischen Ansichten wieder. Zitat, aber das Währungsproblem ist kein Rechenexempel, das nach festen Formeln gehandhabt werden kann. Sonst wäre vielleicht ein tüchtiger Mathematikprofessor der beste Währungspolitiker. Währungspolitik ist keine exakte Wissenschaft, sondern eine Kunst. Als solche wird sie dem Nichtkönner immer verschlossen bleiben und mit ihm seltsam erscheinen, wenn sie dem Könner unendlich einfach erscheint. Die Kunst der Währungspolitik besteht darin, das Verhältnis zwischen dem Wert des Geldes und dem Wert der übrigen Güter möglichst gleichmäßig zu erhalten. Dazu gehört, dass man nicht nur das Geld, sondern die Erzeugung und den Verbrauch auch der übrigen Gelder ständig zu beobachten und richtig einzuschätzen versteht. Ausgedehnte Kenntnis der volks- und weltwirtschaftlichen Erscheinung ist deshalb für den Währungspolitik unerlässliche Voraussetzung. Dies ist umso mehr der Fall, je stärker die Wirtschaftsverhältnisse und ihre Produktionskosten durch technische Erfindung und organisatorische Maßnahmen sich verändern. Ich habe in den ganzen Werken, die ich gelesen habe, von ihm niemals einen Bezug zur österreichischen Schule gefunden, zu Karl Menger. Was erstaunlich ist, weil er in seiner ganzen Art, in seinem ganzen Denken eigentlich in der österreichischen Schule, sein Charakter eigentlich viel, viel besser widergespiegelt wurde als der Kathedersozialismus. Aber das war vielleicht auch eine der Tragödien seines Lebens, also sich damit nie auseinandergesetzt hat. Dazu werden wir gleich noch kommen. Jetzt erstmal ein Blick zu den Weimarer Verhältnissen und der Vertrag von Versailles, dem ich vorneweg einen Statusbericht vorneweg stellen möchte. Wie gesagt, Europa war nach dem Ersten Weltkrieg von Krott, nicht nur Deutschland, auch Frankreich, England. Große Gläubiger waren die USA. Und ja, jetzt sollte natürlich das Deutsche Reich die Zeche zahlen als Verlierer im Ersten Weltkrieg. Und auch hier eine gewisse Parallele zu heute. Nach über 20 Jahren Euro und Geldsozialismus soll jetzt auch Deutschland wieder die Zeche zahlen für die Versäumnisse der letzten Jahre. Aber zurück mal zu 1918. Hier mal einige Zahlen, wo ich gewisse Ausführungen mache, weil das einfach wichtig ist für das Verständnis, was dann im Anschluss kommt. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 muss das Deutsche Reich 13 Prozent des Gebietes sowie die Kolonien in Afrika, China und im Pazifik an den Völkerbund abtreten, was einen Verlust von Investitionen und der Rohstoffversorgung bedeutete. Das Bruttosozialprodukt lag 30 Prozent, übrigens nicht nur in Deutschland, in allen europäischen Ländern. Also lediglich USA und Japan waren in der Zeit wirtschaftlich relativ stabil geblieben. Europa lag 30 Prozent unter dem Vorkriegsniveau. Der Kohleabbau im Saargebiet war in französische und der in Schlesien polnische Hände gefallen. Um die Eisenherzgewinnung in Lothringen kümmerte sich Frankreich. Deutschland verlor 26 Prozent des Kohlebergbaus, 44 Prozent der Roheisenproduktion und 38 Prozent der Stahlproduktion. 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, was man hier auch an den Rändern sehen kann, fielen an Polen sowie an Dänemark, Belgien und Frankreich. Die Transportbranche verlor durch alliierte Beschlagnahme 90 Prozent der Handelsflotte, 5.000 Lastwagen, 5.000 Lokomotiven, Eisenbahnwaggons, Zeppeline. Darüber hinaus beschlagnahmte vor allem Großbritannien Vermögen und Niederlassung deutscher Unternehmen, während Polen vor allem landwirtschaftliche Betriebe beschlagnahmte. Ostdanzig wurde faktisch eine polnische Hafenstadt. Während der Korridor Ostpreußen ein riesiges Transportproblem bescherte. Ein weiteres Problem waren die hohen Lohnforderungen der Beamtenschaft, denen die demokratische Reichsregierung entsprach, um sich Loyalität der Staatsdienste zu erkaufen. Es ist klar, dass unter diesen Bedingungen nicht einmal Spielraum für die Sanierung des eigenen Haushaltes vorhanden war, zumal der liberale Staat des Kaiserreiches mit einer Einkommenssteuer von 4 Prozent mit Beginn der Weimarer Republik in einen demokratischen Steuerstaat mit Steuersätzen von bis zu 60 Prozent transformiert wurde. Mit der Weimarer Republik erhielten automatische Lohnsteuerbescheide, Außenprüfungen durch Finanzämter, Sonderabgaben, Luxussteuern und die kostspielige Ausweitung der Sozialpolitik, sowie die Erhöhung der Erbschaft und Grunderwerbsteuereinzug im Deutschen Reich. Doch das war natürlich längst nicht alles. Dazu kamen die Reparationsforderungen des Vertrags von Versailles, die im Jahr 1921 festgelegt wurden. Deutschland sollte also darüber hinaus in Form von Gütern und Geld an die Alliierten 132 Milliarden Goldmark zahlen, was völlig unrealistisch war in jeder Hinsicht von vornherein. Er schrieb dazu, Zitat, ich habe vom ersten Augenblick der Reparationsfestsetzung, die ungefähr 1921 erfolgte, gegen diesen Unsinn gekämpft mit der Beweisführung, dass die Durchführung der Reparation die ganze Welt in ein wirtschaftliches Chaos stürzen würde. Und weil wir hier gerade in der Goldkammer stehen bei Degussa, habe ich noch ein schönes Zitat mitgebracht aus dem Buch von Bruno Bandolet, für alle, die es nicht kennen sollten, vom Goldstandard zum Euro, der sich auch dieser Problematik einer Passage widmet. Nachdem die Regierung der Jungen Republik am 28. Juni 1919 gezwungen worden war, den Vertrag von Versailles zu unterzeichnen und nachdem eine Kommission der Siegermächte die Reparation im Einzelnen festgelegt hatte, wurde Deutschland regelrecht ausgeplündert. Im Verlauf von 37 Jahren sollten 132 Milliarden Goldmark gezahlt und zusätzlich 26 Prozent der Exporterlöse in Form von Ausfuhrabgaben an das Ausland überwiesen werden. In den Jahren 1922 und 1923 überstiegen die von Deutschland geleisteten Reparationen die gesamten Steuereinnahmen des Staates. Das heißt, in dieser Zeit sind alle verbliebenen Gold- und Devisenreserven der Reichsbank aufgebraucht worden. Es versteht sich von selbst, dass die Siegermächte deutsches Papiergeld nicht akzeptierten. Sie verlangten Gold und Devisen. Von den Goldreserven der Reichsbank, die den Krieg in voller Höhe überstanden hatten, blieb kaum etwas übrig. Es wurde Papiergeld gedruckt, mit denen Devisen aufgekauft wurden und durch der Kurs der Mark immer tiefer fiel. Mit dem frisch produzierten Papiergeld bezahlte die Regierung aber auch deutschen Firmen die Sachlieferungen, die als Reparationen ins Ausland gingen. Es entstand ein Teufelskreis. Ich möchte zu dem, was dann kam, gar nicht viel mehr sagen. Wir haben auch schon die Bilder gesehen. Interessant bei dieser Hyperinflation ist, dass sie relativ spät richtig erst ins Laufen gekommen ist. Wenn man hier die Zahlen sieht, ging eigentlich erst so ab Mai 1923 die Post richtig ab. Also das waren eigentlich so die letzten Monate, wo dann dieser Cracker-Boom losgegangen ist. Und das ist vielleicht der Grund, warum die Inflation auch heutzutage noch auf sich warten lässt. Aber eins können wir sagen, wenn sie anspringt, dann wird es sehr, sehr schnell in die Vertikale gehen. Ich möchte jetzt diese wirtschaftlichen Verwerfungen gar nicht weiter analysieren. Und was mich hier nochmal interessiert, was viele auch so in der Form nicht wissen, waren die mentalen Verwerfungen, die damals stattgefunden haben. Und zwar hat es damals die Inflationsheiligen gegeben. Ich weiß nicht, wer das kennt. Die Menschen waren natürlich geistig völlig verwirrt. Keiner wusste mehr noch ein und aus. Und da gab es einen Inflationsheiligen, der hieß Ludwig Christian Häuser. Und das sind so Typen gewesen, die so Anfang der 20er Jahre in Erscheinung traten. Sie selbst nannten sich Brüder, Christsozialisten oder Banditen des Wildbummelbundes. Und ja, so eine Art neu-religiöse Erweckungsbewegung, die bei den Frauen sehr, sehr angesagt war. Also die deutschen Frauen wollten unbedingt den Erlöser. Und das waren diese Inflationsheiligen, die dann auf ihren Reisen durch das Land sehr, sehr stark gefragt waren. Und denen sich die Frauen angeboten haben, um mit ihnen den Erlöser zu zeugen. Man muss fairerweise dazu sagen, die waren relativ kritisch in der Auswahl, die Jungs. Also die haben da nicht alles angenommen, aber die waren gut beschäftigt auf ihren... Warum sage ich das? Wenn man sagt, das ist ja ein völliger Wahnsinn damals gewesen. Wenn wir uns das heutzutage mal anschauen. Ja, heutzutage sind es halt die Klimaheiligen. Und wenn man sieht, dass selbst eine deutsche Kanzlerin zur Klimaheiligen Greta pilgert, dann ist die Situation heute nicht unbedingt besser. Ja, ein Jalmerschacht hat damals auch mit dem Kopf geschüttelt über die Inflationsheiligen. Heutzutage pilgern die Kanzler zur Klimaheiligen Greta. Ja, wie geht es weiter mit Jalmerschacht? Jalmerschacht hat, wie gesagt, eine sensationelle Karriere in kürzester Zeit hingelegt. 1903 wurde er Mitarbeiter bei der Dresdner Bank in der PR-Abteilung. Das gab es damals schon. Jalmerschacht war, was so die schriftliche Ausarbeitung angeht, sehr, sehr talentiert. Absolut dann parallel eine interne Ausbildung für Bankmitarbeiter. Er trat dann bereits 1909 in den Vorstand der Dresdner Bank ein. Und wie es die Art von Jalmerschacht war, immer dann, wenn es zu substanziellen Meinungsunterschieden kam, wo viel eine gewisse rote Linie überschritten war, hat er die Reißleine gezogen. Das ist das, was ich einem besonders schätze. Immer gesagt, dass wenn ihr einen Punkt erreicht ist, den ich nicht mittragen kann, dann gehe ich. Dann höre ich auf. Das passierte 1922. Er wechselte dann zur Danatbank, die zu der damaligen Zeit sehr stark in Börsenspekulationen vermittelt war. Auch hier sagte er, das Geschäft, was wir hier betreiben, ist viel zu riskant. Hier kann ich nicht mitmachen. Ist dann auch hier 1923 zurückgetreten und wurde dann am 12. November 1923, also in der Phase der Hyperinflation, zum Reichswährungskommissar ernannt. Und am 22. Dezember dann zum Reichsbankpräsidenten. Seine wichtigste Aufgabe war natürlich die Bekämpfung der Hyperinflation. Schacht schrieb dazu, Zitat, dass mich, der ich als Verfechter individualistischer Wirtschaftsauffassung galt, also da war schon ein bisschen auch was Österreichisches dabei immer, ausgerechnet eine sozialdemokratische Regierung zur Hilfe rief, war der Vorurteilslosigkeit zu danken, die der damalige Reichspräsident Ebert bewies. Als ich ihn von der Berufung darauf aufmerksam machte, dass ich nicht Sozialist sei, bemerkt er lächelnd, das tut ja gar nichts zur Sache. Die Frage ist, ob Sie glauben, das Problem meistern zu können. Also sehr erfreulich. Es gab damals in der Tat noch pragmatische Sozialdemokraten. Ja. Dieses Buch erschien 1927, Stabilisierung der Mark. Und hier beschreibt er, wie er die Hyperinflation gestoppt hat. Hier werde ich jetzt mal eine Passage vorlesen, weil das für uns natürlich gerade hochinteressant ist. Wie schafft man das eigentlich, so einen Teufelskreis, wie von Markus Greil beschrieben, zu stoppen? Das ist also ein Akt, den man nicht hoch genug wertschätzen kann. Zitat Jan Machacht. Drei entscheidende Maßnahmen waren es in der Inflation des Jahres 1923, die für die Stabilisierung der Mark entscheidend waren. Es waren dies die Beseitigung des privaten Notgeldes, die Verknappung der gesetzlichen Zahlungsmittel und die Kreditsperre. Da der amtliche Notendruck der Reichsbank dem Tempo der Geldentwertung nicht folgen konnte und es somit überall an Geldscheinen fehlte, waren sowohl die Kommunalverwaltung wie die industriellen Großbetriebe dazu übergegangen, ihr eigenes Notgeld zu drucken, das nominell den gleichen Wert darstellte wie die Noten der Reichsbank. Also jeder, der eine Druckmaschine hatte, konnte Geld drucken und das ist von der Reichsbank diskontiert worden. Das muss man sich mal vorstellen. Der Engpass war eigentlich die Druckermaschine, ob ich die hatte oder nicht. Meine erste Maßnahme als Reichswährungskommissar war, dass ich jede weitere Entgegennahme von Notgeld bei der Reichsbank inhibierte, also beendete. Damit war der privaten Notgeldausgabe jeder Boden entzogen. Ein Geld, das die Reichsbank nicht annahm, hatte seinen Wert eingebüßt. Schon mit dieser ersten Maßnahme war ich aber bei den Stadtverwaltungen wie bei der Großindustrie in Verruf gebracht. Das sieht man auch heutzutage, wo es der Politiker oder EZB-Präsident, der hier dieses Rückgrat hätte, dagegen anzugehen. Jaima Schacht hat es damals gemacht, erfolgreich. Dass solches ihnen von einem Mann aus ihren eigenen Reihen, einem Großbankdirektor, geschah, machte die Sache nur schlimmer. Man bestürmte mich, man drohte und flehte, man malte alle Schreckensgespenster an die Wand. Ich blieb fest, weil ich unter allen Umständen im Elend der breiten Arbeitermasse ein Ende machen und ihr wieder einen stabilen Lohn sichern wollte. Das entscheidende Eingreifen geschah allerdings dann Anfang April 1924. Die Wirtschaft hatte die etwas zu reichlich erbetenen und erlangten Kredite aufs Neue dazu benutzt, um fremde Valuten zu hamstern. Also es gab eine große Devisenspekulation, wie wir es auch heutzutage wieder sehen, Spekulation in allen Bereichen. Um nun der Wirtschaft ein für allemal begreiflich zu machen, dass sie sich in die Währungspolitik der Reichsbank zu fügen habe, da war er wieder der Kathetersozialist, ja, sperrte ich kurzerhand jeden weiteren Wechselkredit. Das Mittel der Kreditsperre wirkte unverzüglich. Soweit die Wirtschaft Geld brauchte, musste sie ihre gehamsterten Devisen an die Reichsbank verkaufen. Und binnen zwei Monate war das Gleichgewicht in einem solchen Umfang wiederhergestellt, dass die Mark von nun an durch die ganz weitere Zeit meiner Amtstätigkeit stabil blieb. Acht Monate hat etwa dieser Kampf mit der Spekulation und dem Kurs der Mark alles in allem gedauert. Es wurde durch entschlossenes Handeln und durch die Rücksichtslosigkeit gegen Sonderinteressen geführt und zum Wohl der Allgemeinheit gewonnen. Diese Entschlossenheit hat mir keinerlei Zuneigung eingetragen von den betroffenen Kreisen, aber sie hat Deutschland aus dem Strudel der Inflation gerettet. Ja, was macht ein Land, was Reparationen zahlen muss auf Devisen und Goldbasis, aber de facto ja keine mehr hat? Es verschuldet sich im Ausland, ja, beziehungsweise die Gläubiger sagen, naja, bevor wir diesen ganzen Vertrag einkassieren müssen, machen wir zumindest so, als ob wir das Spiel weiterspielen können und geben in dem Fall Deutschland und auch der Deutschen Reichsbank Kredite. Das geschah dann im Jahr 1924 im Rahmen des sogenannten Dorst-Planes. Hierzu schrieb Jaimer Schacht, einen sehr großen Teil der Monate Februar und März 1924 befand ich mich in Paris, um mit dem Expertenkomitee die Richtlinien über die Reorganisation der Deutschen Reichsbank zu besprechen. Auf die übrigen Fragen des Dorst-Planes hatte ich keine Gelegenheit, Einfluss zu nehmen, insbesondere mich nicht auf die Höhe der Zahlungen. Jaimer Schacht war dafür bekannt, dass er sehr, sehr hart verhandelt hat, insbesondere wenn es um die Reparationszahlungen ging, was wir auch noch gleich bei den Verhandlungen zum Young-Plan sehen werden. Aber hier war er offensichtlich sehr, sehr unzufrieden mit den Vertragsverhandlungen und schreibt, durch das Friedensdiktat von Versailles und durch den anschließenden sogenannten Dorst-Planes war Deutschland mit der Verpflichtung zu jährlichen Milliardenzahlungen an die Feindmächte belastet worden. Diese Zahlungen durften nicht in Mark, sondern mussten in fremde Valuten geleistet werden. Fremde Valuten aber konnte Deutschland nur aus Exporterlösen gewinnen. Nun ging ein erheblicher Teil der Exporterlöse auf die Beschaffung von Nahrungsmitteln drauf, die Deutschland fehlten und für Rohstoffe, die Deutschland für seine Industrie brauchte. Wir erinnern uns, die Kolonien waren weg, die landwirtschaftlichen Gebiete in Polen waren nicht mehr da. Bei den Schwierigkeiten, die das Ausland dem deutschen Warenexport machte, genügten die Exporterlöse kaum für den Einkauf solcher Nahrungsmittel und Rohstoffe. Für die Bezahlung der Reparationsmilliarden sowie der nötigen Nahrungsmittel reichten sie schon gar nicht. Die demokratischen Regierungen in der zweiten Hälfte der 20er glaubten, nun Zeit zu gewinnen, wenn sie die Bezahlung der Reparationsmilliarden sowie der nötigen Nahrungsmittel und Rohstoffe im Wege des Kredites bewerkstelligten. Infolgedessen betrieben sie eine dauernde Borgwirtschaft im Auslande. Nicht nur die einzelnen Länder und Kommunen, sondern auch die Privatindustrie fanden bei den deutschen Regierungen Rückhalt und Ermunterungen, die alle reichlich mit ausländischen Krediten versorgt worden sind. Mit dem Erlös dieser Auslandsanleihen, die ja in fremder Valuta gegeben wurden, zahlten die demokratischen Regierungen nicht nur die jährlichen Reparationsschulden, sondern auch alle Importe, die nicht aus Exporterlösen gedeckt waren. Das war der Grund, weshalb Jalmerschacht sagte, dass Deutschland de facto in den 20er Jahren weit über seine Verhältnisse gelebt hat. Und was dann kommt, sehen wir hier. Es kommt der klassische Konjunkturzykel, ein künstlicher Aufschwung, der dann nach zwei, drei Jahren in einem großen Crash, in einer großen Finanzkrise endet. Und das ist ein Bereich gewesen, wo ich eigentlich gedacht hätte bei der Lektüre, naja, jetzt würde er sich ja vielleicht mal auf Ludwig von Mises beziehen. Ludwig von Mises hatte ja 1924, also eigentlich genau in der Zeit, die Bahnprechenschrift Theorie des Geldes und der Umlaufmittel geschrieben, wo er hier geradezu prophetisch vorausgesagt hatte, es wird die Aufgabe der kommenden Zeit sein, Schranken aufzurichten gegen den inflationistischen Missbrauch des Geldwesens durch die Regierung und gegen die Erweiterung der Umlaufmittelzirkulation durch die Banken. Und weiter, doch die Geld- und Umlaufmittelpolitik allein kann nicht ausreichen, um die Gefahren abzuwenden, die der ruhigen Abwicklung, der den Austausch erleichternden Funktionen des Geldes und der Umlaufmittel drohen. Das Geld ist eine Einrichtung des freien Marktes, der auf dem Sondereigentum der Produktionsmittel beruht in der Gesellschaftsordnung. Nur dort, wo die Politik und der Staat nicht darauf ausgeht, das Sondereigentum an den Produktionsmittel zu untergraben, sind die allgemeinen Bedingungen für die Entfaltung einer möglichsten Festigkeit des inneren objektiven Tauschwertes Geldes anstrebende Politik gegeben. Und das ist der Punkt, den Jaimarschacht nie verstanden hatte. Er hat immer gemeint, dass er und Leute seinesgleichen in der Lage sein werden, diesen Wahnsinn zu beenden, dass sie in der Lage sind, auch die Politik entsprechend zu steuern, dass diese Entwicklungen, Dynamiken niemals losgetreten werden. Und das war, glaube ich, das große Drama des Jaimarschacht, dass er das nie zu Ende durchgedacht hat. Trotzdem blieb er natürlich der größte Kritiker, der sich immer insbesondere auch für die Senkung der Reparationszahlungen eingesetzt hatte, kritisierte immer die überzogenen Haushaltsausgaben und sagte, wir können eigentlich auch ohne Auslandskredite hier diesen Haushalt bewältigen, wenn man bei gewissen Bereichen einsparen würde. Und im Jahr 1929, als dann klar war, dass mit dem Wirtschaftsabschwung man wieder eine neue Anleihe benötigte, eine neue Auslandsanleihe, hat man sich in Paris getroffen im Sommer 1929 und hat dann die sogenannte Young-Anleihe ausgehandelt. Jaimarschacht war während der Verhandlungen in Paris im Sommer 1929 anwesend und hat hier vor allem immer wieder auf die Höhe der deutschen Reparationszahlungen für den deutschen Steuerzahler hingewiesen und versucht, diese zu senken. Das Problem war, dass die Abgeordneten im Deutschen Reichstag, insbesondere aus dem linken Spektrum, bei den Verhandlungen in den Rücken gefallen sind, was ihn sehr, sehr erzürnt hatte und letztendlich dann auch zu seinem Rücktritt als Reichsbankpräsident geführt hatte. Zitat Oder ob man durch Unterzeichnung den Hinhalten Widerstand gegen die Reparation fortführen sollte. Bis sich eine neue Gelegenheit ergab, die Reparationszahlung endgültig aus dem Wege zu räumen. Ich hatte mich zu dem letzteren Weg entschlossen. Und das hat ihm große Gewissensbisse eingebracht. Er war eigentlich natürlich ein Gegner gegen diesen Young-Plan und hat aber aus den Überlegungen dann doch zugestimmt, was ihm insbesondere große Kritik auch von seiner Frau eingebracht hatte. Aber er hat in dem Moment, wahrscheinlich auch politischer Druck da war, dem Young-Plan zugestimmt, hat unterschrieben. So wenig die demokratischen Regierungen meinen Kampf gegen die Auslandsanleihen begriffen, so wenig Verständnis hatten sie für meinen Kampf gegen die Reparation. Schon während der Young-Konferenz im Sommer 1929 hatte die Regierung meine Mitarbeiter und mich wiederholt im Stich gelassen. Nach meiner Unterzeichnung des Young-Planes hatte sie mich bewusst und absichtlich in völliger Unkenntnis gelassen über die Zugeständnisse, die sie entgegen den Bestimmungen des Young-Planes an die ehemaligen Feindmächte machten. 1930 erfolgte dann der Rücktritt als Reichsbankpräsident. Hierzu schreibt er, dass sich die ganze Auslandskreditwirtschaft meiner Einflussmöglichkeit entzog und alle meine Versuche, die Regierung zur Aufgabe dieses Systems zu bewegen, fehlschlugen, die mir nichts anderes übrig, als mein Amt als Reichsbankpräsident aufzugeben. Ständig hatte ich Inland und Ausland gewarnt. Ich wollte und konnte eine Verantwortung nicht tragen für Maßnahmen, die ich nicht beeinflussen konnte, die aber meiner Währungspolitik den Boden oder den Füßen wegzogen. Im März 1930 legte ich mein Amt als Reichsbankpräsident nieder. Im Sommer 1931 trat dann der erwartete finanzielle Zusammenbruch ein. Und diese Bilder, wie auch die nächsten drei, habe ich aus einem relativ aktuell erschienenen Buch rausgenommen. Ich werde den Namen gleich nochmal nachreichen, weil ich denke, das gehört sich, wo genau die Phase von 1928 bis dann zur Machtergreifung der Nationalsozialisten geschildert wird. Wie gesagt, Schacht sah die Ursache des Bankencrashes in Auslandskrediten. Zitat, Gegen diese Auslandskredite und Auslandsanleihen habe ich unablässig und immer wieder seit 1924 nicht nur im amtlichen Verkehr mit den Regierungsstellen, sondern auch öffentlich angekämpft. Alle augenblicklichen Nutznießer dieser Anleihen, aber auch industrielle, Kommunalverwaltungen, Länderregierungen, Reichsregierungen standen gegen mich. Die demokratischen Regierungen konnten sich zur Aufgabe dieses Borgsystems nicht entschließen, weil es eine vorübergehende Erleichterung brachte. Dass es zum sicheren finanziellen Zusammenbruch führen musste, konnten oder wollten sie nicht sehen. In der Finanzkrise dann hatte Heinrich Brüning, das war der Reichskanzler, vom 30. März 1930 bis zum 30. Mai 1932, noch einmal meinen Rat erbeten. Da war der von mir vorausgesehene und vorausgesagte Zusammenbruch der Auslandspumpwirtschaft, der die Finanzkrise herbeiführte. Im Herbst 1930 war es Brüning noch einmal gelungen, eine Dollaranleihe von 500 Millionen Dollar Reichsmark aus Amerika zu erhalten, mit dem Erlös den Auswirkungen des nationalsozialistischen Stimmenanstiegs begegnen zu können, glaubte. Es war die letzte Auslandsanleihe, die Deutschland erhielt. Seitdem war Deutschland vom internationalen Kapitalmarkt abgeschnitten. Sechs Monate später brach die österreichische Kreditanstalt in Wien zusammen und es wurden den ausländischen Gläubigern klar, dass auch ihre deutschen Kredite gefährdet waren. Langfristige Anleihen freilich konnten nicht plötzlich zurückgezogen werden. Aber daneben lief eine große Zahl kurzfristiger Kredite. Diese wurden jetzt in allen Fällen, wo es möglich war, gekündigt bzw. bei Eintreten der Fälligkeit nicht erneuert. Für die Rückzahlung traten die deutschen Schuldner mit großen Devisenansprüchen an die Reichsbank heran. Deutsche Guthaben für die Rückzahlung besaßen sie ausreichend, sodass sie nicht zahlungsunfähig waren. Aber die Reichsbank musste nun ihre ausländischen Guthaben und ihr Gold hergeben. Ich hatte bei meinem Ausscheiden aus der Reichsbank im Frühjahr 1930 mehr als drei Milliarden Gold und Devisen hinterlassen. Das war wesentlich mehr, als die Reichsbank nach dem Weltkrieg jemals besessen hatte. Dieser Bestand wurde jetzt angezapft und schmolz dahin wie der Schnee in die Sonne. Dann hat er hier noch eine Ausführung zu den Geschäftsbanken. Er hatte ja 1923 seine Vorstandsmitgliedschaft bei der der Nahtbank gekündigt, weil er sagte, die sind zu spekulativ unterwegs gewesen. Und hier schreibt er dann auch, von allen Banken hatte die Darmstädter und Nationalbank, die sogenannte Nahtbank, sich am ärgsten mit Auslandskrediten verschuldet. Und da sie den Erlös daraus in wenig liquiden deutschen Krediten angelegt hatte, so fehlte ja nicht nur die ausländische Valuta, sondern sie war auch nicht einmal flüssig genug, um das deutsche Geld für den Ankauf der nötigen Valuten aufbringen zu können. Mitte Juli 1931 trat die Zahlungsstockung der Danatbank ein. In dieser Situation rief mich Brünning an. Ich nahm an einer turbulenten Beratung unter Brünnings Vorsitz teil, bei der die Referenten der verschiedenen Ministerien durch, neben und gegeneinander debattierten. Vergeblich versuchte ich, meine Ansicht durchzusetzen, nämlich die Nahtbank zu liquidieren und die Gläubiger auf die Befriedigung aus der Liquiditätsmasse zu verweisen mit dem Risiko, dass sie nicht voll befriedigt werden würden. Also hier ganz der Österreicher, der ordnungspolitisch hier eine ganz klare Linie fahren wollte, was ihm verwehrt wurde, was wir auch heutzutage immer wieder sehen, dass dieser Schritt halt nicht gegangen wird. Wie gesagt, seit diesem Bankencrash 1931 war das Deutsche Reich vom internationalen Kapitalmarkt ausgeschlossen. Nach seinem Rücktritt als Reichsbankpräsident startete Schacht eine Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten. Zitat, insbesondere habe ich im Herbst 1930 über das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten in rund 50 Vorträgen Verständnis für die Unlösbarkeit des Reparationsproblems zu verbreiten versucht mit dem Erfolg, dass Präsident Hoover im Juni 1931 zunächst ein einjähriges Reparationsmoratorium durchsetzen konnte, dem dann im Juli 1932 das Abkommen von Lausanne folgte, durch das die Reparationen praktisch aus der Welt geschafft wurden. Naja, Deutschland war ja auch pleite, hatte nichts mehr, was sollten sie sonst machen? Das Lusanne-Abkommen zwischen Deutschland und den Reparationsmächten sah die völlige Streichung aller Reparationsverpflichtungen vor, bis auf einen noch vorbehaltenen Betrag von drei Milliarden Reichsmark. Jedenfalls ist festzustellen, dass die Reparationsfrage gelöst war, bevor Hitler ans Ruder kam. Es war der erste außenpolitische Erfolg einer deutschen Regierung vor Hitler, aber er kam zu spät. Das war die Zeit, in dem die dramatischen politischen Entwicklungen begonnen haben, was wir hier sehen, an den extremen Rändern links und rechts die höchsten Stimmen zugewinne, die KBD mit sehr, sehr großen Stimmen zugewinne und entsprechend auch die NSDAP. Die wirtschaftliche Not leistet der nationalsozialistischen Bewegung den größten Vorschub. Solange die mit geborgten Auslandsgeldern vorgetäuschte Scheinblüte herrschte, blieb die Partei Hitlers auf kleinste Kreise beschränkt. Das ist der beste Beweis dafür, dass der prinzipielle, der weltanschauliche Inhalt des Nationalsozialismus keinerlei Zugkraft in der Bevölkerung besaß. Von 1929 an aber treibt die wirtschaftliche und soziale Not die Massen in die Arme Hitlers, der ihnen Arbeit und Brot versprach. Nicht das Können Hitlers, der ihnen Arbeit und Brot versprach und das war ja noch nicht mal erwiesen. Wohl aber das Versagen der bisherigen Machthaber ließ die Zahl der nationalsozialistischen Mandate bei den Reichstagswahlen im September 1930 von zwölf auf eine Hundertschaft hinaufschnellen. Ein Erdrutsch. Auch die Zahl der Arbeitslosen schwoll immer drohender an und belastete den Staatshaushalt immer stärker, während die Steuereinnahmen infolge des Produktionsrückgangs ständig absanken. Die Regierung Grüning griff zu den Mitteln schärfster Ausgabeeinschränkungen. Gehälter und Löhne wurden abgesetzt. Im Laufe des Jahres 1932 wurde die amtliche Zahl von sechs Millionen Arbeitslosen überschritten. Der durchschnittliche Börsenkurs für Reichs- und Ländernleihen sank im Jahr 1932 auf 63 Prozent, derjenige für Kommunalanleihen sogar auf 51 Prozent. Der Außenhandel der Welt ging im Zeitraum von nur fünf Jahren, genau wie der Außenhandel Deutschland, auf ein Drittel seines Höchststandes von 1929 zurück. Die deutsche Währung konnte nach dem Bankenkrach des Sommers 1931 nur durch Zahlungsmoratorien an das Ausland künstlich aufrechterhalten werden. In Wahrheit funktionierte sie international nicht mehr. Bemerkenswert ist auch die beißende Demokratiekritik, die Schacht immer wieder geäußert hatte. Ich zitiere noch mal einen Abschnitt. Von 1918 bis 1931 anschließend hatten die sogenannten demokratischen Parteien, Sozialdemokratie, Staatspartei, Zentrum und die kleinen Splitterparteien in jedem Reichstag die Mehrheit. Bevor Brünen Kanzler wurde, beherrschten sie alle Regierungen. Sie konnten ungehindert alle Maßnahmen zur Besserung der wirtschaftlichen, sozialen und nationalen Lage treffen. Ihre außenpolitische Behinderung war nicht größer als unter den nachfolgenden Hitler. Aber was sie am Ende hinterließen, war der Zusammenbruch der deutschen Währung im Jahr 1931 gegenüber dem internationalen Zahlungsverkehr und 6,5 Millionen Arbeitslose. Sie hatten die Entwicklung nicht zum Meistern versucht. Sie hatten weder Mut gezeigt, den Mächten von Versailles gegenüberzutreten, noch hatten sie eine konstruktive Idee produziert, um das Wirtschaftselend zu ändern. Das Resultat war sogenannte demokratische Parteiherschaft, der sogenannten demokratische Parteiherschaft war katastrophal. Die Währung außer Funktion, Devisen, Zwangswirtschaft, Steuerüberhöhung, Herabsetzung von Löhnen und Gehältern, Passivität des Außenhandels, mangelnde Rohstoff- und Nahrungsmitteleinfuhr und 6,5 Millionen Arbeitslose. Das war das Verzieht der Demokratie. Ja, 1934 wurde Schacht wieder zum Reichsbankpräsidenten berufen und auch als Reichswirtschaftsminister etwas später dann eingesetzt. Dazu muss man sagen, Schacht hatte eigentlich seit jeher ein sehr ambivalentes Verhältnis zur NSDAP. Aber für ihn war es das geringere Übel im Vergleich zu einer Machtergreifung durch die Sozialisten und damit eines kommunistischen Europas unter der Kontrolle Stalins. Zitat, beim nationalsozialistischen Programm fiel eher eine gewisse geistige Armut auf. Zum Beispiel waren die Wirtschaftsfragen sehr stiefmütterlich behandelt. Gemeinnutz geht vor Eigennutz und Brechung der Zinsknechtschaft erschöpften fast den wirtschaftspolitischen Teil des Programms. Zwei Schlagworte ohne jeden konkreten Inhalt, aber von überragender Schlagkraft. Ja, und was macht man als Wirtschaftsminister, wenn man eigentlich keine Ressourcen hat? Man lässt sich dazu hinreißen, Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Und das waren dann die sogenannten MEFO-Wechsel. Die Schacht folgendermaßen begründet. Die Geldmittel für die Arbeitsbeschaffung aufzubringen war die große Aufgabe, vor die ich gestellt war. Darüber war mir darüber klar, dass es sich um Milliarden handeln müsse. An ein Aufbringen aus Steuern oder Anleihen war bei der heruntergewirtschafteten Finanz- und Produktionslage nicht zu denken. Seine Erfindung, die MEFO-Papiere, war ein Wechsel, gezogen in der Hauptsache von Heereslieferanten auf eine mit geringem Kapital ausgestattete GmbH, deren Akzeptunterschrift der Reichsbank gegenüber vom Reich garantiert war. Der Wechsel, der lautet jeweils auf drei Monate, wurde aber mit Prolungation für eine Laufzeit von insgesamt fünf Jahren ausgestattet. Die Reichsbank verpflichtete sich, diese Wechsel, wenn sie drei Monate nach dem Ausstellungsdatum präsentiert wurden, jederzeit zu diskontieren. Und damit hatte man natürlich Geld aus dem Nichts geschöpft. Im Rahmen der Nürnberger Prozesse später wurde Schacht vorgeworfen, mit der Diskontierung von MEFO-Wechseln gegen geltendes Bankenrecht verstoßen zu haben. Hierzu schreibt er, dass die MEFO-Wechsel keine guten Handelswechsel im wörtlichen Sinne des Bankgesetzes waren, konnte dem Reichsbankdirekteur nicht unklar sein, aber die Zeiten waren ja keine normalen. Handel und Industrie lagen hoffnungslos dann nieder. Das Portfolio guter Handelswechsel, das nach dem Wortlaut des Bankgesetzes die Deckung des Notenumlaufs bilden sollte, nämlich schon lange nicht mehr vorhandenen Golde, drohte mit weiterer Schrumpfung, wenn der Wirtschaftslage nicht aufgeholfen wurde. Das hätte dann eine weitere Verringerung des Notenumlaufes und damit nur eine Verschlimmerung der Wirtschaftsnot zur Folge haben müssen. Die MEFO-Wechsel sollten ja gerade dazu dienen, diese Wirtschaftsnot zu beheben und Handel und Industrie wieder in Gang zu bringen, sich bei 6,5 Millionen Arbeitslosen und solcher Wirtschaftsdepression an rechtlicher Formalistik stoßen zu wollen, wäre ein wirtschaftspolitisches Verbrechen gewesen. In jedem Fall waren die MEFO-Wechsel über dies Warenwechsel, denn sie wurden für Warenlieferungen ausgestellt. Ja, er ahnte schon irgendwo, das war eine ordnungspolitische Sünde, was er später auch dann sehr, sehr bereuen wollte. Interessant ist hier, dass ich mich erinnern kann, dass Helmut Schmidt in einem Interview diese vorbildliche kensianische Politik von Jaimarschacht sehr gelobt hatte und als Beweis dargelegt hat für das Funktionären kensianischer Politik. Ja, also wo selbst der Gründer und Erfinder Bammel bei hat. Naja, aber das kennen wir natürlich von dem Weltökonomen aus Hamburg. Der lag ja auch später nochmal das ein oder andere Mal daneben. Aber das finde ich schon bemerkenswert, das als gelungenes Beispiel einer kensianischen Geldpolitik darzustellen. Ja, und wie es die Art von Jaimarschacht war, folgten dann natürlich die Rücktritte. Und das ging dann auch relativ schnell. Zitat, solange ich im Amt war als Wirtschaftsminister, sei es in der Reichsbank oder auch im Wirtschaftsministerium, hat sich Hitler niemals in meine Tätigkeit eingemischt. Auch hat er niemals versucht, mir eine Direktive zu geben, sondern hat mich meine Ideen, ohne sie zu kritisieren, selbstständig unabhängig ausführen lassen. Er verstand von Wirtschaftspolitik nichts. Und gar das Geldwesen ist ihm immer ein immer versiegeltes Buch geblieben. Darum hat er offenbar nie gewagt, sich offen in meine Politik einzumischen. Als er jedoch sah, dass meine maßvolle Wirtschaftspolitik seinen maßlosen Plänen zuwiderlief, hat er mit Hilfe Görings heimlich und hinterrücks versucht, meine Tätigkeit zu konterkarieren. Was ich noch zu tun in der Lage war, um eine bedenkliche Politik zu verhindern, war ich entschlossen zu tun. Als ich im März 1937 meine vierjährige Amtsperiode als Wirtschaftsminister abgelaufen war, hatte ich mich geweigert, eine Wiederernennung anzunehmen, wenn nicht die MEFO-Wechselkredite der Reichsbank eingestellt würden, die sich an jedem Zeitpunkt auf 9 Milliarden Reichsmark beliefen. Hatte ich ein vernünftiges Tempo und Ausmaß der Aufrüstung durch Gründe und Überredungen nicht erreichen können, so wollte ich jetzt das Abbremsen der Rüstung durch Verengung der Geldzufuhr herbeiführen. Das hatte mich bewogen, im März 1937 meine bevorstehende Wiederernennung an das Aufhören der MEFO-Kredite zu knüpfen. Hitler war auf meine Kündigung nicht vorbereitet. Er wandte ein, ich könne ihn unmöglich plötzlich in eine solche Verlegenheit bringen. Zweimal schickte ich den Chef der Reichskanzlei Lammers mit der Wiederernennungsurkunde zurück und verweigerte die Annahme. 1939 dann erfolgte sein Rücktritt auch als Reichsbankpräsident und der Hintergrund war der Angesprochene, dass die auslaufenden MEFO-Wechsel halt nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden sollten, sondern über Reichsanleihen, die neu aus dem Nichts geschöpft werden sollten. Und das war für ihn die rote Linie. Zitat, die Reichsbank, also Herr Merschacht hatte Ende 1938 eine Anfrage an den Reichsfinanzminister gerichtet über die vorstehende Einlösung der MEFO-Wechselung. Er hielt die Antwort, dass der Finanzminister, das war damals Johann von Grossig, nicht in der Lage sei, die von ihm garantierte Einlösung der Wechsel vorzunehmen. Er werde stattdessen der Reichsbank Reichsschuldverschreibungen geben. Das war etwas Ungeheuerliches. Die Wechselunterschrift des Reiches wurde nicht honoriert und zwar nicht etwa, weil das Reich zahlungsunfähig gewesen wäre, sondern weil das Reich es vorzog, sein Geld für andere Ausgaben, nämlich für die Rüstung zu verwenden. Das war nicht Unfähigkeit oder Fahrlässigkeit, das war böswilliger Betrug. Und daraufhin reichte er seine Kündigung ein, wie so oft in Form einer Denkschrift. Und hier will ich mal die wichtigsten Sätze dieser Reichsbank-Denkschrift vorlesen. Zitat, in entscheidendem Maße wird die Währung von der hemmungslosen Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Hand bedroht. Das unbegrenzte Anschwellen der Staatsausgaben sprengte jeden Versuch eines geordneten Etats, bringt trotz ungeheurer Anspannung der Steuerschraube die Staatsfinanzen an den Rand des Zusammenbruchs und zerrüttet von hier die Notenbank und die Währung. Es gibt kein noch so geniales und ausgeklühtes Rezept oder System der Finanz- und Geldtechnik, keine Organisation und keine Kontrollmaßnahmen, die wirksam genug wären, die verheerenden Wirkungen einer uferlosen Ausgabenwirtschaft auf die Währung hinanzuhalten. Keine Notenbank ist imstande, die Währung aufrechtzuhalten gegen eine inflationistische Ausgabenpolitik des Staates. Also genau das, was wir heutzutage auch wieder sehen. Diesen deutlichen Worten folgte Post-Wenn die Entlassung Schachts als Reichsbankpräsident. Er schreibt dazu, mein Versuch, die Politik Hitlers vor Exzessen zu bewahren, den ich durch meinen Eintritt in die Reichsregierung unternommen hatte und den ich als Reichsbankpräsident fortgeführt hatte, war gescheitert. Ich war auf der ganzen Linie ausgeschaltet. Die programmatischen Reden Hitlers, seine feierlichen Versprechungen, seine anfänglichen Vertrauensbeweise an mich, alles hat sich als Eitel, Lug und Trug erwiesen. Ja, zu seinen Rücktritten kamen auch noch familiäre Turbulenzen, sodass man sagen muss, dass Ende der 30er Jahre und 40er Jahre keine wirkliche schöne Zeit für Jamal Schacht waren. Einmal schreibt er hier, was ihn sehr gestört hatte, der Widerstand der Reichsbank ist der einzige gewesen, den irgendeine Behörde oder irgendein Amt ganz offen geleistet hat. Dass er erfolgreich war, wirft erneut die Frage auf, was er erreicht hätte werden können, wenn andere Stellen ein Gleiches getan hätten. Hätte das Beispiel der Reichsbank Schule gemacht oder gleichgeartetes Vorgehen anderer Stellen neben sich gehabt, es wäre Hitler nicht so leicht geworden, sich über solchen sachlichen Widerstand mehrerer Stellen hinwegzusetzen, wie er später tun konnte, als er sich herausstellte, dass ich mit der Reichsbank ganz allein stand. Auch heute, wir wären ja heute fast froh, wenn wir eine Reichsbank hätten. Wir haben ja mal nicht mal eine Reichsbank, die EZB, da kommt überhaupt kein Widerstand. Wir haben ja nicht eine einzige Institution heutzutage, die sich gegen irgendwas stellt. Ja, und dann die familiären Turbulenzen. 1938 trennte sich Schacht von seiner ersten Frau Luise. Sie hatten 1903 geheiratet und wurden Eltern einer Tochter und eines Sohnes. Trennung erfolgte allerdings aus politischen Gründen. Schachtsfrau Luise hatte sich immer mehr zur Nationalsozialistin entwickelt, was für Schacht wiederum nicht hinnehmbar war. Also sie hat dem Führer mehr zugetan als ihrem Mann. Und ja, da hat Jermalschacht entsprechend die Konsequenzen gezogen. Und er schreibt hier, seine Frau hätte ihn jederzeit ans Messer liefern können. Sie hatte zu viel von seiner oppositionellen Rolle, die er dann einnahm mitbekommen. Und ja, die Dame verstarb dann auch nur wenige Jahre später, 1940. So, und hiermit beginnt letztendlich die Phase des Widerstandes von Jermalschacht gegen das Hitler-Regime. Schacht hatte sich sehr früh konservativen Widerstandskreisen angeschlossen und mit ihnen Kontakt aufgenommen. An den Plänen zum Putsch gegen Hitler, der sogenannten September-Verschwörung war neben den militärischen Befehlshabern wie Erwin von Witzleben, Wilhelm Canaris und Ludwig Beck mit einbezogen. Mit der politischen Lösung der Sudetenkrise auf der Münchner Konferenz brachen allerdings die Voraussetzungen für diesen Putsch weg. Schacht hielt weiterhin den Kontakt zu Dissidenten aufrecht, indem er sich im Kreis um den Widerstandskämpfer und ehemaligen Oberbürgermeister von Leipzig, Gördeler, bewegte und beteiligte sich am Netzwerkaufbau im Innenausland, insbesondere nach England. Zu fast allen Widerstandsgruppen gegen das Dritte Reich hatte Hitler entweder direkten oder indirekten Kontakt gehabt. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944, wo er auch zum erweiterten Kreis gehörte, bis zum Kriegsende wurde er von den Nazis im Konzentrationslager inhaftiert. Der Grund, weshalb er nicht umgebracht wurde wie 200 andere in Berlin-Plötzensee, war der, dass er mit ihm keinen direkten Kontakt nachweisen konnte. Seine Verbindungsperson konnte nicht ausfindig gemacht werden. Es gibt auf YouTube seit einiger Zeit die Nürnberger Prozesse als Verhöre eingestellt. Da sieht man, was für eine besondere, rationale Persönlichkeit Jalmar Schacht ist. Auf jeden Fall wurde er von den Alliierten beschuldigt, Verbrechen gegen den Frieden begangen zu haben. Mitglieder des deutschen Widerstandes und Zeuge des Nürnberger Protestes wie Hans-Bernd Gisewius äußert sich wie folgt über Schachtsrolle während der Herrschaft der Nationalsozialisten. Zweifellos ging Schacht in die Hitler-Regierung aus patriotischen Erwägungen. Und ich möchte bezeugen, dass er im Augenblick, als die Enttäuschung bei ihm sichtbar wurde, aus denselben patriotischen Erwägungen nunmehr entschlossen zur Opposition übergingen. Das ist insofern wichtig gewesen, weil Gisewius in den Nürnberger Prozessen gegen Göring ausgesagt hatte, gegen Kaltenbrunner und gegen Keitel, aber zugunsten von Jalmar Schacht, was ihm am Ende den Freispruch erster Klasse gebracht hatte mit der Begründung, schon im Jahre 1936 begann Schacht eine Begrenzung des Aufrüstungsprogramms aus finanziellen Gründen zu befürworten. Wenn die von ihm befürwortete Politik in die Tat umgesetzt worden wäre, so wäre Deutschland auf einen allgemeinen europäischen Krieg nicht vorbereitet gewesen. Das Bestehen auf seiner Politik führte schließlich zu seiner Entlassung aus allen Stellen von wirtschaftlicher Bedeutung in Deutschland. Dennoch, nur wenige Tage nach diesem Freispruch durch die Alliierten wird er von der Landesregierung Baden-Württemberg verhaftet, die mit dem Freispruch der Nürnberger Prozesse nicht einverstanden war. Als Begründung führt man an, dass Schacht als ehemaliger Reichsbankpräsident und Reichswirtschaftsminister zu den Führungspersönlichkeiten im Dritten Reich gehört hat. 1947 wird er von der Entnazifizierungskammer in Stuttgart zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt. 1948 legt Schacht Berufung ein und wird noch im gleichen Jahr vollständig freigesprochen. Jalmar Schacht ereilt damit das wohl einmalige Schicksal gleich von drei verschiedenen Regierungen unmittelbar hintereinander im gleichen Land eingesperrt worden zu sein. Ja, jetzt zum Epilog. Wie ging es weiter mit ihm? Wie gesagt, in der Bundesrepublik wollte niemand so richtig was mit Jalmar Schacht mehr zu tun haben. Er war zu unangenehm, zu widerspenstig. Man wollte seine Ruhe haben. Adenauer hat ihn abblitzen lassen. Er hat niemals eine wichtige Rolle in der Bundesrepublik spielen dürfen. Er hatte zwar gegen alle früheren deutschen Regierungen gekämpft und das machte ihn suspekt. Ein Regierungskritiker, wie man ihn selten erlebt hat. Zeit lebens, also bis zu seinem Tod im Jahr 1907, stritt er für eine sparsame und ausgeglichene Haushaltspolitik und war ein lautstarker Kritiker, der seiner Meinung nach viel zu expansiven Geldpolitik der Bundesbank. 1941 hatte Schacht nochmal geheiratet, die 30 Jahre jüngere Manschi Vogel. Und er hatte ja zwei Töchter. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er dann nach München und gründete 1953 im Alter von 76 Jahren nochmal die Schacht und Co. Außenhandelsbank in Düsseldorf, die bis 1963 in Betrieb war, also bis zu seinem 86-jährigen Lebensjahr. Also auch hier sieht man wieder, junge Frauen haben doch einen sehr positiven Effekt auf die Lebenserwartung von Männern. Es waren lediglich die Entwicklungsländer, die ihn bei hohen Inflationsraten als finanzpolitischen Berater konsultierten. Die westlichen Staaten sowie die Hochfinanz- und Großbanken ignorierten ihn bis an sein Lebensende im Jahr 1970. Ich weiß nicht, wer mal an seinem Grabstein war in München. Ich selber bin noch nicht da gewesen, wir das vielleicht mal beim nächsten Münchenbesuch machen. Interessant ist auch sein Verhältnis zum Christentum, womit ich abschließen möchte. Schacht hat das Christentum und die christlich-armenländische Kultur Zeit seines Lebens hoch geschätzt. Für Schacht war das Wohl Europas an das christliche Grundprinzip, an die Person christlich, an das Evangelium christlicher Nächstenliebe gebunden. Diese Nächstenliebe erstreckt sich auch auf alle, die einer anderen Religionsauffassung anhängen. Wenn Moral, Recht und Kultur aus der Religion entspringen, so ist ein Staatswesen undenkbar, das nicht sein religiöses Wesen in irgendeiner Form manifestiert. Die Kirche mag mannigfache Fehler haben. Sie mag ihre äußere Form von Zeit zu Zeit verbessern oder verändern, aber sie ist als Trägerin des Staatswesens unentbehrlich. Er war ein leidenschaftlicher Poet und Gedichteschreiber und ich möchte mit einem Gedicht enden, was er im Konzentrationslager geschrieben hatte. Da schrieb er, wenn des Tages Schatten von hinten weichen im letzten Dämmerlicht und die dunklen Stunden beginnen, legt es um unsere Seele sich dicht. Alle schweren Gedanken lasten Seele auf dir im nächtlichen Raum und die Zweifel jagen und hassten wie ein Albtruck durch Halbschlaf und Traum. Tatest du damals gestern und heute recht, als du dieses und jenes getan? Wie ein Tiger die zagende Beute springen die Selbstvorwürfe dich an. Werde ruhig, geliebte Seele. Morgen sagt dir der klärende Tag, niemand ist frei von Sünde und Fehle, der im Kampfe des Lebens lag. Das nicht wird der ewige Wegen, was du erreichst und was du gesollt. Das nur wird in die Schale erlegen, was du erstrebst und was du gewollt. Ja, welche historische Lektion kann man daraus ziehen? Also ein dramatisches Leben von jemandem, der sich für gutes Geld, ausgeglichene Haushalte eingesetzt hat. Also eigentlich ein Anliegen, was ja auch viele von uns zahlen. Trotzdem ist er gescheitert auf der ganzen Linie. Und meine Analyse am Ende war, es war eigentlich die fehlende Einsicht über die Dynamiken, die anfangen, losgetreten zu werden, wenn man erstmal ein statisches Geldmonopol hat. Ich habe mit dem von mir geschätzten Wilhelm Hankel, als er noch lebte, abends lange, lange Diskussionen gehabt, der auch immer sagte, naja, wenn Leute wie ich, altgestandene Bundesbanker, ja, die Bundesbank managen, dann geht alles seinen Gang. Und was er, aber auch Jalmerschacht natürlich komplett unterschätzt, ist die politische Dynamik, der politische Druck, weil sie natürlich im Zweifelsfall abgesetzt werden. Und das, glaube ich, ist die wichtigste Selektion, die wir herauszählen können. Das staatliche Geldmonopol gehört abgeschafft, wenn wir in Zukunft braunen, grünen oder roten Sozialismus in irgendwelcher Form entgegentreten wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.